Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Karas wird geschuldigt, Schätze aus der Region erworben und an ausländischer Sammler verkauft zu haben. Das ist dieser Kunstdieb. Tony! Adriana! Adriana ist entführt worden. Was? Wir warten hier auf die Polizei. Wir sind Adrianas einzige Hoffnung. Du hattest dir doch Ferien mit außergewöhnlichen Aktivitäten gewünscht. Aber sowas habe ich damit nicht gemeint. Wer sich mit meiner Familie anlegt, legt sich mit mir an. Na, wir sind doch hier auf Kost. Deswegen sage ich nicht B-Glüpt, sondern Kost-Glüpt. Du guckst wohl zu viele Filme. Vielleicht guckst du aber auch zu wenige. Dschüss. Dschüss. Untertitelung. BR 2018